So hallo, wir machen weiter bei Among Us. Wieder kleine Runde am nächsten Tag. Wir haben leider nicht sehr viele Leute zusammen bekommen. Im Moment dabei, wie ihr seht, sind Xehanort, Regi, Rasierer, Counter als Asfit und meine Wenigkeit. Und deswegen spielen wir auch einfach nur in Anführungszeichen wieder verstecken und haben uns jetzt erstmal wieder die Maps Geld ausgesucht. Ja, das war eigentlich schon alles, was man dazu sagen kann. Ich denke, wir starten einfach und gucken, wie es läuft. Alle einverstanden? Okay. Dagegen. Dagegen, okay, wir starten. So, wie immer dran denken, wenn man Crewmate sieht, dann die Augen zumachen. Ich kann mich an Sketch wieder gar nicht mehr erinnern. Okay, Besatzung, Augen zu. Okay, ich bin der Poster. Alles klar, Augen zu. Gab's überhaupt, es gibt in jedem Ding kommen, ne? Sonst doof. Ja, es gibt auf jeder Map-Coms. Sehr gut. Weil das Geld ist aus unten rechts. Ah, hier, Sabotage. Achso, ich warst nur da am Emergency-Button, deswegen kam das Sabotage nicht. Okay, äh. So, jetzt ist es aus. Okay. Ähm. Ja, lasst du... Seid ihr noch in meiner Nähe? Ich bin begeistert, ich... Ah, ja. Ja, wir sind alle noch in deiner Nähe. Wir sind alle hier, wir sind nicht. Okay, dann... Genau, ich melute mich und du kannst runterzählen. Fünf Sekunden, ne? Ja. Okay. Äh, fünf, vier, drei, zwei, eins und los. So, ich kann mich... Oh nein, ich bin schon ungünstig gelaufen. Äh, kommt er hier rein? No, no, no. No, 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 no. Lass mich in Ruhe. Oh nein, ich... War hier irgendwo eine Tür, die man arm misst? Okay. Gut, dann kann ich jetzt als Geist suchen. Ich hab das schon gar nicht mehr gewusst. Äh, ich muss mich... Oh ja, hier gibt's Sackgassen. Ich muss da böse auf die Sackgassen achten. Hier gab's gar keine... Äh... Genau, hier gab's gar keine so Türen, wo man nicht durch konnte. Kann man überall durchlaufen. Das ist praktisch, allerdings gibt's Sackgassen. Oh, und das ist gefährlich, wenn hier natürlich dann die Dings ist. Okay. Gut, ich hab meine... Ich hab meine jetzt gemacht. Okay, okay, okay. So, dann können wir jetzt ihn verfolgen. Wo ist er denn? Stimmt, das war die Map. Ey, was man sofort wieder vergisst, ne? Den direkt in die Sackgasse gelaufen. Okay, ihn hat er auch erwischt. Ach, nee, das bin ja ich. Ihn hat er auch erwischt, genau. Da ist er. Und da waren vorn die anderen. Die versteckt sich jetzt aber... Oh, oh, oh! Okay. Das hat nicht funktioniert. Okay. Geht er hier rein? Okay, Rasierer ist tot. Scheiße. Haben sie sich gut genug versteckt. Ich hab keine Task gefunden. Ich hab erstmal ganz schlau in Admin reingelaufen, hab festgestellt, Mist, da kommt man gar nicht mehr raus. Ja, Reggie war diesmal gut im Suchen. Er hat der RTHs mich in Reaktor unten stehen sehen und dann in Engine, äh, da war das Rasierer? Ja, genau, genau. In Engine Elektrik. Am Anfang hab ich zuerst gar niemanden gefunden und dann in jeder Sackgasse war irgendwie einer. Ja. Ja. Ich hab vergessen, dass es so viele Sackgassen auf der Map gibt. Da muss man aufpassen. Aber man muss reingucken, weil man da den Task haben kann. Ich dachte mir so, nee, der rennt doch bestimmt nicht in jede Ecke, aber der ist in jede Ecke gerannt, leider. Ja. Okay, ähm, wir können gleich weitermachen, oder? Jo. Nichts zum Verstellen oder so, passt. Zack, let's go. B-Satzung, Augen zu. Ich bin schon wieder, alles klar. Alles klar. Davon ich lasse mal nur einmal wahr. Ich spiele den Selbstmachung nochmal, alles klar und los. Ja. Äh, 5, 4. Na, stopp, Moment, du hast doch den Task noch gar nicht gemacht. Achso, äh, du hast nichts von kommen gesagt, ich hab noch nicht, ich hab noch nicht die Augen offen. Ja, ja, Entschuldigung. Du hast vergessen. 5, 4, 3, alles klar. Ja, Moment, so, jetzt, jetzt könnt ihr aufmachen. Können wir gucken? Okay, dann mute ich mich und dann kannst du runterzählen. 5, 4, 3, 2, 1, los. Das war ja suboptimal. In die Sackassen reinlaufen ist echt kritisch. Ich glaub, da sollte man erst später rein, ich glaub, da sollte man erst später reingehen, ne? Man weiß jetzt auch nicht, woher er herkommt. Okay, er kommt von da, dann geh ich hier oben hin. Jetzt kann ich hier oben gucken, weil jetzt weiß ich, er ist da nicht. Jetzt kann ich hier in Ruhe reinschauen und stelle fest, hier ist nix. Dann kann ich in Ruhe hier hinkucken und stelle fest, hier ist nix. Und wenn, dann kommt er wahrscheinlich von unten nach oben. Ich muss auch noch hier oben gucken, hier gab's auch mal ein... Ich glaub, das ist überhaupt bei mir verglitscht im Spiel, spannend. Ah, das war, das war Counter. Aber war hier, gab's überhaupt ne... Ja doch, hier gab's auch Tasks. Kann ich ein Screenshot machen? Okay, ich kann ein Screenshot machen. Auch Tasks. Irgendwann hat's ein Mikro an. Ja. Hier gab's keine Tasks drin, ne? Ne, das war der Dings. Wo ist meine Task? Hier nicht. Jetzt muss ich hier rein, das ist jetzt ganz gefährlich. Ne, hier ist auch nix. Oh, Counter hat seine gefunden. Hier unten könnte auch noch was sein, aber bald hab ich alles durch, ne? Ah, Admin, Admin war ich noch nicht. Oh Gott, mein Herr. Ne, hier ist auch nix. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Ich mein, solange er mich nicht findet. Wobei, er kann ja... Ach, hier! Gleich am Anfang, ja, ist so ein Käse. So. Aber das war jetzt ja Download. Die ist doch jetzt zweiseitig, ne? Da muss ich doch jetzt nochmal woanders hin, oder? Richtig. Puh. Gut, dass ich dran gedacht hab. Komm schon, 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 komm schon. Okay, ich hab's. So, jetzt einfach nicht sterben. Okay, der erste ist tot, oder zumindest mindestens der erste. Ja, nice. Ja, nice. Du hast die mal nicht gefunden. Sehr schön. Also, wir haben ja noch kurze Tasks an, aber ich hatte trotzdem dieses Upload-Download, also die kann's auch geben. Okay. Ich hatte jetzt, ich hatte jetzt zweimal hintereinander ein Divert-Power, aber man muss da immer höllisch aufpassen, weil du musst bei dem Divert-Power dann drauf gucken, welchen Schalter du umlegst, weil du ja sonst nicht weißt, wo du hin musst. Ja. So, das kann man sehen? Ja, du musst ganz genau hingucken, an den Schaltern steht dran, in welchem Raum das ist. Okay, weil ich hab ewig gesucht gerade. Ja, du musst, ansonsten mach die Grafik ein bisschen größer oder geh näher an deinen Monitor oder sowas. Da steht ein ganz kleines Schild auf dem draufsteht, wo du hin musst. Und der Download geht ja immer zu Admin, ne? Ich glaube ja. Aber er ging jetzt auf jeden Fall zu Admin. Doch, ich glaube, der Download ist immer ein Admin. Also, das große Knopfding, genau. Der Upload ist immer woanders, ich glaube, der Download ist immer ein Admin und da war die Grafik bei mir irgendwie verglitscht. Oder haben die jetzt das Uploading größer gemacht? Das sieht anders aus, ja. Okay. Ne, dann war es nicht nur bei mir, okay. Das sah komisch aus. Die haben, glaube ich, ein bisschen die Sachen angepasst, dass die nicht mehr so gleich aussehen, alles. Ja. Okay, das Uploading sieht jetzt anders aus als das Uploading. Okay, verstanden. Aber, ja, ist mir auch aufgefallen. Okay. Ich dachte, das wäre ein Glitch, deswegen habe ich einen Screenshot davon gemacht, aber okay. Ich habe beim Start übrigens fast noch den Countdown abgewartet. Ich weiß auch nicht, warum. Ich muss auch immer schauen, dass ich schnell genug loslaufe im Muten und dann geht es schon los. Okay. Ich mache weiter, ne? Ja. Perfekt. Die Runden gehen ja immer ziemlich fix. Ja, deswegen denke ich mir, könnte man glücklich sagen, einmal die Scaled-Map und einmal die Polos-Map. Besatzung. Ich bin schon wieder, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Erstmal kommst ausmachen, ne? Ja. Jetzt bin ich dran. Mhm. Ist aus. Okay. Sehr schön. Kommen und abutiert. Ich mute mich. Zack. Jo. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Also ich muss echt lernen, dass da oben... Ich meine, das Ding ist, ich gehe jetzt nicht gleich in die Sackgassen rein. Ich gehe jetzt nur so ein bisschen oberflächlich rum. Okay. Die haben ja ein paar Grafen gelern lassen. Oh, das war nicht, das war ja nicht, aber Gott sei Dank. Ah, gefunden. Sehr schön. Oh, nee. Oh, nee, wie ging das? Ach, hier muss man drücken. Nein, ich... Gott. Okay. Hatte das jetzt noch eine Kombination? War das noch... Das war nicht. Das war das eine Einzelne. Also genau, stand der Aufgabe erledigt, Leute. Ich glaube, das war es dann auch. Ich sollte jetzt nicht... Jo, nö, 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 nö. Ich meine, wir sind ja gleich schnell. Er dürfte mich doch eigentlich nicht einholen, oder? Kann er mich einholen? Nice. Was? Gott sei Dank. Nein, das war der Letzte mit deinem Task. Das... Ja, danke, dass du mich gekillt hast, Reggie. Da konnte ich nämlich einfach zu meinem Task fliegen. Okay. Ja, ich habe einen gekillt. Da kam auf einmal der nächste an. Oh, ich muss gar nicht suchen. Aber der Countdown war halt noch. Da hab ich den gekillt. Da kam Connoll of Abba an, da hab ich ihn verfolgt. Der kam mir noch irgendwer entgegen, aber da war es geschehen. Ich konnte als Geist zu meinem Pass fliegen, weil ich wusste, der war nämlich bei Shields und ähm, also ich hatte wieder David Power und äh, weil ich war da eigentlich, wollte da eigentlich hin, aber da hattest du mich verfolgt und auf die andere Seite gejagt. Also er ist mir einfach weiter verfolgen müssen. Ja, aufs Geld geht's natürlich richtig schnell mit den Runden. Aber das ist okay. Dafür wird's dann auf Polos ein bisschen länger. Aber das ist eigentlich auch, das ist eigentlich auch eine Imposter Strategie hier. Einfach mal jemanden etwas länger verfolgen, weil dann hält man nämlich davon ab, wie er einen Tag zu finden ist. Ja, ich hatte meinen Tag. Ich hab nur versucht, nicht zu sterben. Okay. Ähm, ja, machen wir doch direkt weiter. Zack. Das ist natürlich auch geil. Du verfolgst so lange jemanden bis zu den nächsten, siehst du dann, killst du ihn und dann verfolgst du den nächsten und so weiter. Dann hält man die Leute auf Trab. Wer sagt so? Jetzt hab ich auch Chromate. Achso, ich bin's. Chromate. Was? Was? Irgendwer hat doch gesagt, er ist es. Ja, ich bin Rasierer. Hier, im Dunkelblau. Und kommt, geht aus, jetzt. Sehr schön. Also, dann zähl ich runter. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Aber die Frage ist jetzt, ob er genauso läuft wie Reggie. Wahrscheinlich nicht. Es ist halt immer die Frage, kommt er von da oben runter oder nicht? Wo bin ich als erstes safe und wo nicht? Das ist das Ding. Ich bin jetzt nicht in die Sackgassen. Ah, okay. Jetzt ist er nicht mehr Reggie. Also. Ich bin jetzt noch nicht in die Sackgassen reingelaufen. Ich muss jetzt vor Blau, muss ich aufpassen. Vor Blau muss ich aufpassen. Okay, hier ist nix. Was? Whoa! Wait, hä? Hat er mich nicht gesehen oder hat er Cooldown? Wahrscheinlich hat er Cooldown. So, jetzt kann ich aber genauer gucken. Ah, okay. Es ist wieder der Download und dann der Upload in Admin. Müsste in Admin zumindest sein. Ich bin mir ziemlich sicher. So, aber da muss ich jetzt schnell hin. Das ist jetzt noch ein Schrittchen. Genau, jetzt stand nämlich noch nicht dort Aufgabe erledigt. Erst wenn dort steht Aufgabe erledigt, ist die Aufgabe auch erledigt. Ja, genau. Es ist wieder hier. Perfekt. Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bevor alle sterben. Und. Yes! Kerstin. Wir haben ihn gesehen. Wieder Ablauptdown. Du bist auch jetzt am Ende der Counter. Du bist an mir vorbeigelaufen direkt. Ja, aber ich habe die ganze Zeit Kill gedrückt, aber da warst du schon wieder weg und ich habe nicht gesehen. Ah, sehr gut. Du warst doch mindestens, du warst um mindestens zehn Sekunden mit mir zusammen rumgelaufen. Da hatte ich noch Kill cooldown, weil ich da gerade Counter gekillt habe. Ah, okay, gut. Okay. Und dann warst du irgendwie nach Elektrik abgebogen. Das hat mich gewundert, weil wärst du einfach hinter mir geblieben, wenn du mich, glaube ich, killen konntest. Ah, dann habe ich dich wahrscheinlich nicht gesehen. Okay. Und ich war auch irgendwie, ich war auch irgendwie dann nochmal bei dir vorbeigelaufen, aber schaffst du mich auch nicht gesehen zu haben. Okay. Das ist echt, ist echt eine niedrige Vision, also das ist, ja. Ja, gut, wenn ich meine, stimmt und auf Mira HQ war es ja egal, weil da sind die Gänge so schmal, dass man quasi nicht an jemanden vorbeilaufen kann, ohne ihn zu sehen. Ja, sollen wir nicht, dass ich da auf 0,5 stellen oder so lassen? Ich weiß nicht, wie sehen das die, die schon mal Imposter waren? Ist das wirklich so schlimm? Ich meine, Regi hat es ja geschafft. Achso. Ja, aber auch, weil alle das unterwegs waren. Also, als da mir jemand vorbeigelaufen ist, war es schwieriger. Also, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir lassen es erstmal so und dann gucken wir gleich nochmal. Okay, aber wir haben ja auch Zeit. Ich bin gerade am überlegen, ob eine Short-Task wirklich so sinnvoll ist, weil irgendwie, ich hatte jetzt schon viermal Divert Power und das ist halt wirklich der billigste Tag, auf der Maske aller Zeiten. Ja, ich hatte jetzt wieder Upload, Download. Ja, okay, gut, das dauert natürlich ein bisschen länger. Was sind hier die Long-Task-Unternahmen? Das sind Wires und so ein Zeug, ne? Wobei, nee, das ist... Ja, Simon Says. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ja, nee, 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 okay, dann bleiben wir halt. Dann lassen wir die Short-Task. Oh Gott. Nee, beim Simon Says möchte ich nicht erwischt werden, ehrlich gesagt, das ist, äh, nee. Nee, da will ich auch nicht stehen bleiben. Ja. Das würde mich depressiv machen, wenn er dann nach der dritten Runde ankommt und mich killt. Okay. Ich starte die nächste Runde. Ja, bitte. Und... Besatzung. Ich bin es. Worte nur wieder ein bisschen zum Laden. Sekunde. Sekunde, Sekunde. Jetzt, komm, es ist, komm, es ist aus. Ja, schön. Alles klar. Und ich zähle runter. Fünf. Vier. Ah, ich bleib, wie kann ich denn da hingekommen? Hilfe. Drei. Eins. Los. Hab ich gar nicht gesehen. So, ich, 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 ich bleib bei meiner Strategie erst so oberflächlich. Ah, okay, hat sich erledigt. Wenn er jetzt allerdings hier runterkommt, ist... Ist schlecht. Nein! Ah, was willst du tun? Ah, jetzt muss ich von vorne... Oh nein, jetzt muss ich von vorne wieder loslegen. Ah, das kostet jetzt natürlich schon so seine Zeit, ne? Ich meine, ich kann jetzt direkt hoch zu Admin schweben. Hui! Was natürlich... ...ein bisschen schneller macht. Aber ist schon schlecht, tot zu sein. Ist, ist schon schlecht. Oh, nice. What the fuck? Das ging fix. Alter, ich hatte keine Chance. Zum Glück hast du mich oben da in Weapons nicht gesehen. Da hab ich direkt instant mein Upload gemacht. Äh, mein Download. In Weapons oben. Du bist bei mir vorbeigelaufen. Da hab ich an dir vorbeigelaufen, oder was? Scheiße. Ja. Du bist bei mir einfach genau in Shields vorbeigelaufen. Naja, du hast ja zwei gekillt und der dritte, und dann wär's das gewesen für uns, oder? Ja, und der Witz ist, ich hatte gesehen, wo der... Also, ich hatte gesehen, dass der nach unten rechts gelaufen ist. Und ich musste dann aber leider noch Counter hinterherlaufen, weil der war zwei Zentimeter zu weit weg, dass ich ihn killen konnte die ganze Zeit. Und dann musste ich ihn noch übel lange verfolgen und in der Zeit ist Reggie abgehauen. Also, er hat sich nicht mehr gefunden, leider. Das war so ein bisschen unglücklich, sonst hätt ich es mir vielleicht sogar noch geschafft. Ja, also ins Geld geht's echt schnell. Das ist schon... Da muss man schon richtig auf Zack sein. Ich hatte übrigens wieder Upload, Download. Ja, du warst in Shields, hattest du gesagt, ne? Dann war ich an dir vorbeigelaufen. Ja, oben rechts in Shields und du bist genau an dir vorbeigelaufen. Scheiße, ja, okay. Ich hatte angenommen, du warst schon... Also, ich hatte einfach angenommen, dass du weitergelaufen warst. Weil, wäre jetzt als nächstes ein Elektriker reingegangen. Aber da war die Runde vorbei. Jetzt will ich mal Imposter sein, hier. Och Mist, wieder nicht. Okay, Besatzung. Ich bin's wieder. Sehr gut. Es ist statistisch wahrscheinlich, dass Conan das heute irgendwann auch noch gehört. Ja, eigentlich ja, aber bei fünf Mann. So viele Runden, wie wir schaffen, in einem Part. Ja. Du bist doch hier der Mathe-Experte. Das kannst du rausrechnen, wann du dran bist. Also, fünf, vier, drei, 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 eins, null. Ich mach immer OBS auf und dann kann ich nicht spielen, weil doof. Nee, aber wer ist... Oh, jetzt hab ich gar nicht. Wer ist es denn jetzt? Ich hab jetzt gar nicht. Okay, wir sind aber wieder hier. Ach, ich drücke mal Space. Ich muss hier drauf drücken. Mein Gott. So, das war's. Jetzt einfach nicht sterben. Frage ist jetzt, verstecken oder rumlaufen? Ich glaube schon, dass rumlaufen schlauer ist, als sich einmal zu einfach zu verstecken. Ja, so viel dazu. So viel dazu. Oh, oh. Okay. War's so schnell. Ja, das lag wieder nur an mir. Also, ich hatte diesmal tatsächlich mal einen anderen Task gehabt und der war irgendwo in Navigation. Da hab ich erstmal weitergebrochen, um ihn zu finden. Soll ich vielleicht zwei Tasker? Ja, schön. Ja, oder? Oder wir stellen tatsächlich mal einen Long Task ein, aber dann laufen wir halt Gefahr, in den Dings zu laufen hier, Reaktor. Ja, ich kann ja mal eine zweite Task dazu machen. Und dann würde ich ja vielleicht 15 Sekunden Kill cooldownen, maybe? Nee. Oder du hast das was verlassen, denke ich. Nee, der, 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 gerade ist es doch für die, für die, für den Imposter viel unfairer als für die Crewmates. Also, ich hätte die 10 Sekunden jetzt gelassen und ein Task mehr, ich glaube dann, dann wird es für die Crewmates ein bisschen schwerer. Ja. Gut, schauen wir mal, ja. Wir probieren's. Okay. Weiter geht's. Wenn es dann für den Imposter zu einfach ist, dann können wir ja dann, dann können wir ja dann sagen, dass Kill cooldown hoch geht. Wir passen kontinuierlich an. Besatzung! Genau. Jedenfalls. Ich bin's. Ich hör mal auf den Knopf, keine Sorge. Kommst du so aus? Hois. Gut. Fünf. Warte, 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 ganz kurz. Ich will nur mal gucken, ob ich, wenn ich das Fenster offen lasse, ob ich dann auch muten kann ins Discord. Nein, also ich muss immer rausklicken. Okay. Gut. Fünf. Vier. Drei. Drei. Zwei. Oh, ich hab's gesehen. Los. Ich hab's gesehen. Wenn er jetzt nicht von hier kommt, oh, wo wird er langlaufen? Verdammt. Ich glaub, der kommt nicht von da oben. Nein! Falsch gepokert. Falsch gepokert. Aber ich hab gesehen, dass der hier blinkt. Oh nein, Count ist auch gleich tot. Dann sind schon zwei tot. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Jetzt aber ganz fix hier. Aber der muss ja trotzdem nur drei killen und das war's. Einen hat er jetzt halt schon. Und jetzt muss ich noch meinen zweiten Task finden. Count ist auch tot. Er muss nur noch einen killen. Er muss nur noch einen killen. Weil ich muss jetzt... Ah, okay. Wait, das ist... Das ist ein Doppel... Easy. Ich konnte nicht weg. Ich hab gesehen, dass du kommst. Dieser scheiß Upload. Ja. Puh, okay. Endlich mal gewonnen. Ich hatte zwei Doppeltasks. Ich hatte einen Upload, Download und das andere Ding, wo man dieses Kabel irgendwie hochschieben muss. Und dann ging's noch weiter. Ja, genau. Wie weit wart ihr denn jetzt alle mit den Tasks? Also war das jetzt knapp oder war das jetzt... Also mir hat halt als Geist noch der zweite Teil vom zweiten Task gefehlt. Okay. Ich weiß nicht, was mein zweiter Task war. Okay. Sind die Imposter laufen die irgendwie schneller, oder? Nee. Alle laufen gleich schnell. 1,5 Player Speed. Dann weiß ich nicht, warum... ...ich irgendwie eingeholt werde teilweise, ohne irgendwo hängen zu bleiben, auf gerader Strecke. Also bei mir... Bei mir warst du die ganze Zeit... ...auf derselben Höhe, wie ich. Ich hatte nur Killgurt, aber nur noch. Achso. Na gut. Ja, also die Kill-Distanz ist ja schon kurz... ...kürzer geht sie nicht. Also was du hättest machen können, um mich vielleicht abzuschütteln, ist einfach stehen bleiben oder... ...umdrehen und sofort in die andere Richtung weiterlaufen. Ich glaub, so schnell hätte ich da nicht reagieren können. Ein Ausloggen. Okay, ich denke, wir lassen es erst mal so und gucken, wie es grundsätzlich läuft. Das war jetzt ja mal die erste Variante mit zwei Tasks. Ja. Da hatte ich jetzt natürlich auch ein bisschen Druck gehabt. Ja, das stimmt. Direkt am Anfang zwei Quits machen konnte. Sag mal, Con, du wirst aber jedes Mal gekillt, kann man halt werden? Du sagst so, ja, ich hab die falschen 50% gewählt. Der Junge kann man halt entgegen. True Mate. So, ich bin's wieder. Sehr schön. Die Coms werden behämmert. Kommst du belemmerd? Alles klar. Die werden behämmert von meinen Fingern. So, und jetzt ist aus. Sehr schön. Die runter. Fünf. Vier. Ah. Drei. Kann ich nicht. Okay. Da wird's wieder auf Rasierer achten. Null. Jetzt wieder auf Rasierer achten. Also blau. Ah, nicht schon wieder. Da bin ich doch direkt wieder tot. Vor allem, wenn jetzt der da reinkommt. Ich kann ja nicht... Ich meine, ich könnte es abbrechen. Okay, aber den haben wir. Das ist nicht blau. Okay, okay, okay. So, Nummer 1. Wo ist Nummer 2? Meistens ist halt... Hier sind halt echt viele. Hier könnte halt immer eine mit sein. Das ist das Ding. Aber solange mir blau nicht über den Weg läuft, ist ja alles cool. Not again, not again, not again. Er hat schon einen da unten gekillt. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ist er noch hinter mir her? Nein. Okay. Aber ich habe trotzdem meine zweite Task noch nicht gefunden. Ah. Oh, nee, ich muss schießen. Oh, nee. Ach, nee. Ich muss nur in die Mitte gehen. Oh. Yes. Das war kritisch. Ja. Rasierer, du standst quasi zwei Meter von mir weg gerade am Ende. Ich war auf der anderen Seite vom Atman-Table. Ja, ja. Ich hätte Conan killen können, aber habe ich ihn ja aus den Augen verloren, als der Killen-Cooldown vorbei war. Ja, das war mein Glück. Das war mein Glück. Conan hat überlebt. Conan hat überlebt. Ein Wunder. Nee, aber ich habe ein bisschen Events benutzt, aber irgendwie lohnt sich das hier auf der Map nicht, habe ich das Gefühl. Ja, es steckt schon auch ein bisschen Glück drin, die Leute zu finden, klar. Ja. Ja, die Events auf der Map sind nicht so geil. Aber ich denke, mit zwei Tasks ist es okay. Auf jeden Fall, ja. Also, ich war eben, wo ich Imposter war, war ich auch ein paar Mal in Events gewesen, aber das hat mir quasi nichts gebracht, dadurch die Gegend zu wenden. Okay, sehr schön. Zack. Wie schneller wir die nächste Runde starten, umso eher bin ich mal Imposter. Und versau es dann komplett. Ach, immer noch nicht. Ich bin ein Teil über. Alles klar. Ein Fünftel. Also Augen zu, beziehungsweise ich gucke einfach weg, weil ich habe keinen Bock, die Augen zuzumachen. Stimmt, ich kann das Fenster auch einfach. Ich bin ja auch blöd. Wo kann man das nicht gucken? Das wäre so viel schlauer, wenn ich das machen würde. Ich kann ja direkt das Discord-Fenster aufmachen, dann kann ich mich sofort drücken. Oh Mann. Ist aus. Sehr gut. 5, 4, 3, 2, 1, zack. Wo läuft er lang, wo läuft er lang, wo läuft er lang, der Regie? Kommt jetzt da oben runter, oder nicht? Einbar nicht. Dann gehe ich jetzt mal hier rein. Da ist tatsächlich mein erster Task. Ah, das ist wieder das Ding, wo ich nicht weiß, wo es weitergeht. Scheiße. Muss ich jetzt raus... No, 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 no. Ist da hier ein Admin irgendwas? Ne, ne? Oha. Ich habe halt echt alle reingelaufen, aber direkt. Das war Ficks. Hallo? What the fuck? Das ging richtig fix, wow. Gerade alle gekillt außer Conan, oh mein Gott, okay. Ja, Conan war ja auch mit dir zusammen. Ja, ja, also Conan hättest du auch haben können, ja. Ja, moin. What the fuck, okay. Respekt an den Imposter. Das war ja, ich hatte ja noch nicht mal ansatzweise meinen Task, also ich hatte jetzt den ersten Teil vom ersten Task gemacht. Ja, ebenfalls. Bin zu nix gekommen. What? Selbst als Geist, also. Ja, das ging zu dem anderen, aber so ist es, das ist das mit dem Glück. Ja, mal so, ne. Okay. So, ich bleib bei meiner Strategie, je schneller ich die nächste Runde starte, umso eher bin ich mal ein Imposter. Aber die killdestin Short ist doch teilweise noch zugegangen. Immer noch nicht. Das ist mit mir auch. Weil Reggie stand jetzt immer noch relativ weit von mir weg. Ich bin schon wieder. Ja, Mensch. Dann gucken wir mal, dass wir Communications ausmachen können. Ist aus. Sehr schön. Gut. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Jetzt gehen wir doch mal ganz kurz hier rein, weil dann kann man da schon recht schnell gucken. Ich denke mal, so mal abchecken kann man es, denke ich, schon gleich. Hier ist nichts. Okay. Man weiß halt nicht, wo er rum geht. Man weiß halt nicht, wo er rum geht. Nichts. Ja, oh, verdammt. Hier. Da ist das. Okay, da, das ist, das ist das, was hier hinführt. Okay, das ist die. So, wo ist meine andere Aufgabe? Schnell, 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 schnell. Ach, die hier wieder. Da sollte ich, glaube ich, als erstes hinlaufen, dass ich gucke, ob die betroffen ist oder nicht. Da unten läuft er. Ob er schon, er musste schon mindestens das Zweite gekillt haben. Oh, 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 hier sind alle. Hier sind alle. Wenn er jetzt hier runter geht, haben wir verloren. Er kommt. Nein. Er weiß Upload, ey. Er Upload. Er Upload, ja, wir waren alle beim Upload. Ja, der Upload, der Upload killt so ein bisschen, weil du weißt, dass die irgendwann fast alle da mal hingehen müssen und du kannst einfach periodisch den abgehen und da steht immer einer. Das ist halt so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen easy. Leider. Das Problem ist, das hast du auf jeder Map. Also der Upload kommt ja immer an derselben Stelle raus. Ja, das stimmt wohl. Aber bei Scaled hast du, glaube ich, den Upload-Task öfter als auf den anderen Maps. Ja, ich glaube, bis jetzt eigentlich fast immer war der Upload dabei eigentlich tatsächlich bei den kurzen Aufgaben. Ja, der ist bei Scaled häufig. Also ich will nicht sagen, also ich behaupte sogar fast, du hast den eigentlich immer dabei, wenn du dir zwei Sword-Task geben lässt. Passt du mal zumindest. Das ist halt übel einfach, weil der immer an derselben Stelle rauskommt. Dann kannst du dich da einfach hinstellen als Impostor. Stimmt eigentlich, wir müssen ja die Dinger machen. Also wir müssen eigentlich da hinlaufen. Das ist richtig. Ja. Das ist korrekt. Ja, eben. Und das habe ich mir gerade einfach mal zu Nutze gemacht. Und ja, das haben wir ja gesehen. Also das ist echt, puh. Können wir da irgendwas gegen machen? Können wir stattdessen mal einen Comment-Task nehmen oder so? Ja, wobei, ja, ein Comment-Task ist im Zweifel auch, in den Comment-Task ist ja im Zweifel auch immer an derselben Stelle, ne? Ja, eigentlich schon. Ein Comment-Task sind entweder die Wires, also die Wires wären ja okay, aber das könnte auch der Card-Swipe sein, weil der Card-Swipe ist ja auch immer an derselben Stelle. Ja, aber ich denke, bisher haben wir trotzdem relativ ausgeglichen. Mal haben die gewonnen, mal haben die gewonnen, also. Ja, 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 ich sehe es trotzdem ein bisschen doof, dass man halt immer an dieselbe Stelle muss, um die Eintausche zu machen. Ja, klar, wenn der, wenn der dabei ist und fast immer dabei ist, ist es, ist es schwierig. Vielleicht, ja, ich kann ja mal eine, statt, statt, ja, was kann ich machen, ist die Frage. Hey, cool, dann hoch. Das wäre auch eine Idee. Das wäre eine Möglichkeit, ja, tatsächlich, ja. Ja, dann machen wir doch mal den Kill-Cool-Down hoch. Kill-Cool-Down auf 15 Sekunden oder so. Zack. Okay. Und als, als Innocenter im Zweifelsfall, wenn man den, den Imposter ankommen sieht und man gerade an dem Ad-Ren-Upload steht, im Zweifel abbrechen und wegrennen. Ja. Hätte ich gesagt, als Strategie. Gesatzung. Ritter. Crew-Mage. So, ich gucke jetzt einfach immer auf mein Handy, wenn ich, äh, wenn das so nicht läuft. Bombs sind aus. Und ich ziele. Fünf. Vier. Drei. Okay, diesmal nicht. Drei. Eins. Null. Diesmal nicht da oben. Hier. Oh, wenn ich da jetzt, na, wenn er da reingeht, habe ich halt Pech gehabt. Also jetzt wieder vor Blau abhauen. Hier nicht. Ist bestimmt wieder einer da oben. Bestimmt ist es wieder einer da oben. Ne, tatsächlich nicht. Was bleibt jetzt noch? Die hier scheinen, die hier kommen bisher, kamen bisher überhaupt nicht vorne. Hier ist auch nix. Ist auch nix. Äh, wo könnte der jetzt noch sein? Das hier ist ja wohl kein, äh, Short-Task, ne? Ne. Hä? Noch nicht. Komplett in Antment vielleicht? Die Karte, das Karte ziehen, ist das ein Task? Ne. Hä? Wo ist mein letzter Task? Hä? Ach, fuck. Lol. War das so nix, oder? Ne, das war, weil ich, äh, den Upload machen wollte und da jemand drunter lag. Ich glaub, Rasierer ist es. Ah, ich bin tot. Entschuldigung. Gut. Okay. Wir können ja alles finden, ne? Wir standen jetzt halt nur an einem Gleichgewicht. Kein verlacht. Ja. Ja, dann zieh ich halt nochmal runter. Genau, es gibt, und es gibt neun, es gibt neun Countdown. Ich kann ja auch sieben Sekunden runterzählen. Oder zehn. Äh, also da, wenn du erst kommst, ist ja, weißt du mehr hinaus, ne? Das hat ja keiner fix. Eigentlich sollte, eigentlich sollte alles noch okay sein. Ich kann kurz die Augen zumachen und du kannst sagen, ob es noch raus ist oder nicht. Ja, ja. Ja, die ist raus. Okay. Das sehe ich sogar als Geist. Ja, dann zieh ich runter. Fünf. Vier. Drei. Drei. Zwei. No. Eins. Wenn ihr jetzt hier reinläuft, war es vorbei. Wenn ihr jetzt hier reinläuft, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Don't go to me. Dann ist er woanders hingelaufen. Aber jetzt muss ich halt diesen Upload machen. Der Upload ist echt okay. Der Upload ist ein Problem. Ja, aber du kommst hier nicht, du kannst hier nicht. Selbst wenn du siehst, der kommt, wie willst du ab, also du kannst zwar abbrechen, aber wo willst du hin? Yes. Scheiße. Irgendwie bin ich hinterhergegangen. Puh. Wir. Trotz Down und Upload haben wir geschafft. Jetzt war die Distanz zu kurz. Ich habe den nicht erwischt. Das wäre in der letzten Runde fast auch schon mal passiert, aber naja. Aber schön, Counter, Counter Report, dass meine Leiche. Ich hätte ja aber auch dich fehlen können, dann. Ja. Okay. Wo geht deine Taktik heute noch aufkommen? Ich glaube nicht. Ich meine, es ist natürlich theoretisch möglich, dass ich das nicht werde in einem Part. Bisher nicht. Okay. Bisher sind es immer die drei gleichen. Also Counter war ja auch noch nicht. Stimmt, Counter war auch noch nicht. Ja. Ich bin es wieder. Wir haben alle noch die falschen vier Fünftel gezogen. Ja. Kommst du so aus? Nois. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ich habe mich wieder nicht da oben geguckt. Mist. Los. Ich habe mich wieder nicht da oben geguckt. Ich lege ganz kurz hier rein. Da ist nichts. Okay, cool. Ich laufe denen aber auch immer in die Arme. Ah, okay. Wir müssen saubern. Säubern. Gehe zum Glück sehr schnell. Das ist wirklich eine Short-Task. Also das ist die Definition einer Short-Task. Dann ist es bestimmt noch irgendein dummer Upload. Bestimmt noch irgendein dummer Upload. Ja, wahrscheinlich der hier. Den ich nicht geguckt habe, ne? Nee, nicht mal. Ach, verdammt. Fuck it. Jo. Ja, gut. Schade. Kann man so machen. Kann man so machen. Ich hatte dich kurz mal losge... Äh, war dich kurz mal los. Also... Ja, ja. Und dann waren wir wieder aufeinander. Und dann habe ich noch fünf Sekunden warten müssen. Wir gehen cool dann. Ja, gut. Ich würde sagen, das war wieder zweimal Glück. Und Rasierer habe ich vor dem Upload stehen sehen. Ja, ich bin dir schön in die Arme. Ich war bei 98%. Hast du mich nicht zwei Sekunden später killen können? Nö. Ging nicht. Okay. Ja gut, hätte ich nichts geholfen. Wir sind bei 37 Minuten. Ich werde heute noch Imposter. Ich werde in dem Part noch Imposter. Ah, ich werde in der Ansage. Wieder nicht. Ich brauche. Ich bin zwar wieder. Alles klar. It's one Imposter among us, ihr Mensch. It's one Reggie among us. Gibt's aus. Und ich da runter. Fünf. Vier. Drei. Jetzt habe ich wieder nicht da oben geguckt. Ich hasse da. Also scheiße, ja scheiße. Was? Ah, steht wieder der hier. Fuck. Fuck. Aber jetzt traue ich mich eigentlich. Jetzt kann ich eigentlich hier hoch. Die Handgelenkschlaufe von meinem Joycon hat sie verknotet mit meinem Kopfhörer. Das ist gerade ein bisschen awkward. Okay, da war nichts. Kann hier was sein. Das weiß ich. Ich laufe halt hier mal rein, aber ich weiß nicht, ob da was sein kann. Aber theoretisch kann es ja auch hier der Lüftungsschacht mittlerweile sein, ne? Oh, hier hat er einen erwischt. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt da rein. Wenn er jetzt mir entgegenkommt, ist halt... Okay, es ist tatsächlich hier. Ah, okay. Wir wissen aber jetzt, wo das hinführt. Wir wissen jetzt, wo das hinführt. Wir wissen jetzt, wenn ich hier lang laufe, müsste ich da hinkommen. Die Frage ist nur, kommt er mir entgegen? Hier habe ich Glück. Oh, da oben ist auch hin. Nein, es führt nicht hier hin. Wo führt es hin? Mist, dann führt es woanders hin. Oh no, ist das... Ach, das macht den... Scheiße. Okay. Jetzt weiß ich, was du meinst, mit welchem Schalter man umlegt, wo es dann hinführt. Das führt immer woanders hin. Ja, steht drauf, ne? Ach, der steht drauf? Ja. Ja, du legst den Schalter auf und da steht drauf, da sind so kleine Notizdinger über dem Schalter, den du hochdrückst. Da steht drauf Security, O2 und so weiter. Oh, sollte ich mal draufhaken? Upsi. Du musst dein Bildschirm aber quer nehmen, ja. Sonst weißt du nicht, wo du hin musst, weil normalerweise guckst du ja auf die Karte, aber es geht ja logischerweise nicht, wo kommst du auf das... Ja, ich bin jetzt da eingelaufen, wo es das letzte Mal war, aber scheinbar habe ich jetzt eben einen anderen Schalter gehabt. Ups. Ich hatte zum Beispiel, ich hatte gerade zum Beispiel den, auf dem Security drauf stand und dann war das halt das Teil neben den Webcams. Ah, I see. Oh, jetzt habe ich es verstanden, es gibt Sinn. Sehr schön. Genau. Ich hatte nur, neulich hatte ich Pech gehabt, da hatte ich einen erwischt und ich dachte, da steht Mad Bay drauf, aber Mad Bay war gar nicht so ein Schalter, der war ein Weapons, da habe ich mich vorher verguckt. Okay. Start. 40 Minuten, wann wird Conan Impostor? Let's. 2 Stunden später. Der kennt dich immer noch. Wieder nicht. Was? Wieder nicht. Ah, jetzt bin es ich wieder. Ja, unfassbar. Alles klar. Verrückt. Unvergissbar. Vielleicht schaffe ich es diesmal, ja. So, kommst du da aus? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich weiß jetzt, dass der ist, das ist schon mal gut, dass ich das weiß. Nicht gut ist, dass ich nicht weiß, wie er wieder läuft. Soll ich mich trauen, einfach hochzugehen? Eigentlich ja, jetzt kann er nicht mehr hier sein. Jetzt kann er nicht mehr hier sein. Okay, also. Vor blau aufpassen. Wenn hier irgendwo blau reinkommt, ganz schnell weglaufen. Vielleicht kann man ja trotzdem schnell genug reagieren. Okay. Jetzt überlege ich halt, den Upload kann ich auch als Geist machen. Ich würde jetzt erstmal die... Okay, ich weiß, wo er ist. Ich wollte es aber gar nicht wissen. Über den Upload... Nein! Okay, jetzt kann ich auch den Upload machen und den anderen Tasks suchen. Wir sind ja noch für Tasks. Ja, jetzt kann ich auch erstmal den Upload machen, weil den muss ich so oder so machen. Er hat schon zwei gekillt. Er braucht noch einen. Er braucht noch einen. Oh, nee! Okay, jetzt gucken, wohin das führt. Komms! 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 Yes! Gibt's doch nicht. Sehr gut. Rasierer waren wir wieder blind. Ja, ich hab's gesehen. Was? Ja, ich hab's gesehen. Du bist zu Shields gegangen und du bist quasi ein Zentimeter bevor du mich gesehen hättest, bist du stehen geblieben. Du hättest ganz reingehen müssen in das... Echt jetzt? Nein! Ich stand ganz am Ende von dem Shields Ding. Das sieht gerade gar aus. Hätte ich jetzt nicht gewusst, dass man da drauf schauen kann, wohin die Schalter führen, hätte ich's jetzt wieder nicht gefunden. So ging's jetzt echt schnell. Ja. Wo war der? Komms! Bei dir? Ja. Bei mir in Weapons. Ich hatte ihn tatsächlich nicht. Ich war erstmal in voriger Erwartung in Elektrical gelaufen, weil da sind ja drei Tasks, die Short Tasks sind, die auftauchen können und keiner von dem war's. Wir waren ein bisschen traurig. Ich hatte stattdessen Shields und in Navigation den Kurs ändern. Drei Leute waren jetzt immer im Poster, zwei noch nie. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier mathematisch los? Eine nicht lösbare Gleichung. Ja doch, die ist lösbar. Ach so? Ist das denn eine Normalverteilung? Ist das denn eine Normalverteilung? Weil die drei mittleren Leute sind's immer und die zwei Randgrenzfälle nicht. Fragezeit. Keine Ahnung, ich hab... Ich hab in Schwacharzt die Gneser nicht aufgepasst. Ist aus. Sehr gut. Sehr schön. Nein. Achso, ich muss unterzählen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Okay. Also diesmal ist es nicht in der Haupt... Im Haupt... Ah, okay. Sauber machen. Ganz fix. Sauber. Okay. Diesmal hier nicht. Mama. Aber ich bin schneller. Ich bin schneller. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Und so kann ich Zeit schinden. Ja, hau ab. Sehr gut. Puh. Jetzt kommt er von der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Ja, nee, komm. Aber es ist hier. Ähm, wo muss ich... Ich hab's nicht gesehen. Wo muss ich hin? Mist, ich hab's nicht... Ah, ich hab nicht schnell genug gelesen. Hier. Nein! Cool doch, ne? Da steht er mit mir gemeinsam an dem Ding rum. Okay, drück mal den Schalter ab. Ich töte dich gleich. Ja, wie Colin sich dann auch ganz oft noch hinstellt und den Schalter schön drückt. Sehr schön. Ja, aber wo sollte ich hin? Sehr schön. Ja, klar. Aber ja, äh, ja. Ich hätte vielleicht versuchen können, erstmal wieder rauszugehen. Wäre eine Idee gewesen. Ja. Ich hab... Ich hab meine Tast sogar noch geschafft gehabt, aber das hat nichts mehr gebracht. Ja, ich war... Ich war direkt vor dem anderen Ding. Also, ich hätt's nur noch drücken müssen. Ja, Colin. Einmal kannst du mich ja sogar loswerden. Ja, ja. Einmal kann ich dich loswerden. Genau. Dann, als er gerade, äh, wieder... Als ich dich wieder killen konnte, warst du auf einmal weg. Ja. Das war natürlich auch wieder... Das war ein geiler Player am Anfang, wo du in Mad Bay reingelaufen bist. In Mad Bay war keiner. Und dann in die Band. Und dann stand ich natürlich am anderen Ende vom Band. Das war natürlich ein bisschen ungeil. Ja. 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 Oder kamst du von Security? Nee, du kamst von Mad Bay, ne? Drei Viertelstunde und zwei Leute sind noch nie im Poster gewesen. Das gibt's doch nicht. Ich bin... Okay. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Was heißt los? Äh... Kommunikation ist da. Es ist aus... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Null. Ach, schon wieder. Boah, ich dachte gerade... Ich dachte gerade, der Counter kommt um die Ecke. Aha! Oh, oh, no, no, no. Sieht er mich? Nee, er sieht mich nicht, aber ich hab's. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich hab meine Tasks, ne? Ich hab zwei Tasks. Habe ich jetzt zwei Tasks gemacht? Ja. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Aber wenn ich hier hochgehe, wird er jemals wieder hier hochgucken? Ich meine, ich kann hier nicht fliehen, wenn er hier hochkommt. Aber wird er jemals wieder hier hochgucken? Bis hier nach oben? Unwahrscheinlich, oder? Ich bleib mal hier stehen. Äh... Ich bleib mal hier stehen. Ich glaub, der guckt hier nicht mehr hoch. Kann normalerweise ein Sporthaus sein? Vielleicht kann ich schnell genug aufhauen. Ich weiß es nicht. Hm. Oh mein Gott. Ja, ich glaub, mein Plan geht auf. Der kommt nicht mehr hier hoch. Ich mein, ich könnte auch mal ein bisschen weiter runter. Dann seh ich zumindest, ob er in die Nähe kommt. Pfff. Moin. Gut, dass ich runter bin. Gut, dass ich runter bin. Nice. Ey, da stand Lower Engine. Ich guck über einen Lower Engine und dann ist es ein Upper Engine. Loll. Ähm... Also, äh... Äh, ich hab folgendes beobachtet. Dein Short-Task kann auch dieses, äh... Äh... Klieren sein. Ja, das hatte ich doch schon mehrmals. Ja. Ah, okay. Das hatte ich gerade zum ersten Mal. Ich war... Ich bin nämlich alle Tasks abgegangen, die ich bisher immer hatte. Und es war keiner von denen. Jeder einzelne Event kann auch ein Task sein jetzt. Okay. Der dachte ich schon so, bin ich wahnsinnig. Dann bin ich zufällig an der Band vorbeigeflogen und der hat geleuchtet. Ich dachte so, warte mal, warum leuchtet der Band? Ich war auch kein Imposter. Und der hat Dinge gemacht in meinem Kopf und da hab ich verstanden, was ich tun muss. Ja, nee, der hatte jetzt auch ein paar Mal schon die Säuberungen. Okay. Was ich ganz cool finde, weil dadurch gibt es mehr Möglichkeiten. Mich auch. Okay. Also, jetzt bin ich mathematisch einverstanden. Jetzt war fast jeder Imposter außer mir. Warte, das ist doch nicht kaputt. Jetzt muss Countess noch zwei, dreimal Imposter werden, bis ich dann mal zum ersten Mal Imposter werde. Ah, es gibt's doch nicht. Ich hab immer gerne gesehen, was für ein Zufallzahl-Algorithmus Among Us verwendet. Ich bin es. Kommt, es ist aus. Neues. Ah, nee, ich muss mich gemütet. Äh. Gut, ich behaupte, der hat sich gemütet. Fünf. Äh. Vier. Drei. Zwei. Eins. Los. Oh. Und schon wieder der Quatsch hier. Okay, alles gut. Hm. Mist. Da hat er schon seinen ersten Kill wieder. Nicht gut. Natürlich. Es ist Navigations. Die Frage ist, wo ist Navigations? Achso, darf ich die Karte bauen? Darf man die Karte auf? Muss ich mal fragen. Nicht, dass ich jetzt hier, äh, nicht, dass ich jetzt hier Dings mache. Ach, da oben ist Navigations. Ich denke, das darf ich schon, oder? Also, wenn ich jetzt gecheatet habe, dann werde ich gleich sagen, dann hat er gewonnen. Aber ich glaube, die Karte darf ich schon aufmachen. Weil es zeigt mir nicht an, wo es ist. Ich habe ja nur die wegen dem Raum gemacht. Muss ich dann mal fragen. Nicht, dass ich jetzt gecheatet habe. Ja, jetzt warte. Ja, natürlich. Er macht wieder den hier. Aber in meinem Fall zum Beispiel, ich hätte jetzt den hier gar nicht gehabt. Also, er verschwindet jetzt hier auch seine Zeit. So optimal ist es gar nicht. So optimal ist es gar nicht. Da nur zu warten. Weil die anderen Tasks haben damit vielleicht nichts zu tun. Okay, jetzt wendet er. Da können wir natürlich nicht hinterher. Uh. Okay, das war ein bisschen Peace von mir, muss ich zugeben. Ja, ich hab dich gesehen. Ich konnte nichts machen. Ja, es ist, äh, in gewisser Weise ist es aber auch ein Poker, nur beim Admin sich aufzuhalten. Weil ich zum Beispiel halt jetzt keine Taste mit Admin zu tun hatte. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Es hätte natürlich sein können, dass ich da jetzt umsonst stehe und am Verlierer, ja. Äh, ich muss kurz was fragen, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt gecheatet habe in Anführungszeichen. Du hast aber eh gewonnen. Äh, darf ich die Karte öffnen, um nachzuschauen, wenn da bei dem Schalter Navigation steht, wo Navigation ist? Ja, klar. Okay. Also, äh, du darfst alle Bordmittel nutzen, aber sie bringen dir halt insofern nichts, dass du halt deinen Taste nicht siehst, aber du kannst halt schon gucken. Ja, es hat mir insofern enorm was gebracht, weil ich hatte keine Ahnung mehr, wo Navigation ist. Ja, das ist halt das Cockpit. Dann hab ich so gedacht, äh, Moment, ich glaub ich kann die Karte öffnen und dann stand dann Navigation und dann bin ich dahin. Jaaa, aber das lass ich zu, weil das ist, das wird eigentlich als Grundwissen vorausgesetzt, dass man weiß, wo was wohl ist, also kann man auch ruhig die Karte verwenden. Okay. Ja, also kann man auch ruhig die Karte verwenden, um das rauszufinden, also alles gut. Gut, sehr schön. So, ich will ja in die Transparenz. Andere wissen das halt einfach, von daher. Ja, eben, deswegen. Hast du gewusst, wo Navigation ist auf Anhieb? Navigation, in der Tat hätte ich gewusst, aber andere ist dafür nicht. Okay. Ja. So, komm schon, komm schon. Yes! Endlich einmal die Augen zu machen. Juhu! Okay, so, lass mich kurz gucken, wie ich jetzt hier, ach so, ach, man muss hier weggehen von dem Ding, das man sabotieren kann, ich verstehe. Genau. So, wo ist denn jetzt Kommunikation? Ach, da unten. Okay, ich hab Communication gedrückt, es sieht gut aus, komm, sabotiert. Dann geh ich jetzt hier oben hin und zähl... Ach nee, ich muss mich muten und... Nee, Quatsch, ich muss mich nicht... Ja, ich muss runterzählen und dann mute ich mich und dann geht's los. Okay, fünf, vier, drei, zwei, eins, los. So, ich bin mute und ab geht die Post. Da war das los halb abgestanden, sehr schön. Low. So. Direkt mal die Maus auf den Kill-Dings, das sobald ich Kill blinken sehe, draufdrücken kann. Gehe ich interessanterweise, gehe ich jetzt meinen Weg ab, den ich sonst auch immer abgehe, ne? Das... Okay, nice. Oh! Du bleibst hier, du bleibst hier. Okay, ich verstehe, wie man die verliert, ich verstehe, wie man die verliert, die verliert man echt schnell. Ja, 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 es ist leider wahr. Es ist leider wahr, die verliert man echt schnell. Aus den Eugeleien. So, jetzt gehen wir mal hier rein, da ist bestimmt gerade einer drin. Jetzt. Wollen wir mal wenden? Aber wenden ist so, das Wenden kostet so viel Zeit und dann findet man doch keinen auf die Schnelle. Dann ist das immer blöd. Ne, wenden ist doof. Wenden ist doof. Äh... Vor allem kannst du dich halt nicht durch alles durchwenden. Ne, hier ist auch keiner. Mist! Ich muss zu... Ich gehe mal zu Edmund, ich gehe mal zu Edmund. Hier kann eigentlich auch keiner sein. Da drinnen läuft eigentlich normalerweise auch keiner rum. Ah! Wo ist er hin? Shit! Der ist wieder weg, der ist wieder weg. Ah! Verdammt! Mist! Mist, 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 Mist! Zweimal hätte ich ihn haben können. Ne, hier ist nichts mehr. No! 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 Neuer Admin-Versuch! Kein Admin-Glück! Absolut kein Admin-Glück! Jetzt kriege ich dich! Jetzt, 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 jetzt kriege ich dich! Geht er da rein? Geht nicht da rein. Scheiße! Ich kriege ihn nicht! Ich kriege ihn nicht! Mist! Aber so geht's mir immer. So geht's den anderen immer, wenn ich von ihnen weglaufe. Na, das ist schon, das ist schon interessant. Nice! Okay, einer noch. Einer noch. Einer noch. Ach, Mann, er hat dich Xehanort vorne erwischt. Ach, verdammt! Yes! Hey, ich war die ganze Zeit in Communications. Äh, Connel geht genau auf mich zu. Ich bereite mich schon mal vor, abzuhauen. Gehe schon einen Schritt nach vorne. Er sieht mich trotzdem nicht. Ich habe dich tatsächlich nicht gesehen. Oh, Mist! Hätte ich dich haben können. Okay. Ich hab's gar nicht. Ich bin dir so oft hinterher. Okay, du hast dich aber jedes Mal gesehen. Okay, gut. Ja, ich hab dich jedes Mal gesehen. Ich bin auch jedes Mal hinterher. Weil ich hatte keine... In meinem ersten Mal war der Cooldown noch nicht richtig fertig. Ja. Und dann die anderen Male hab ich dich einfach nicht erwischt. Ich bin drei oder vier Mal erfolgreich von ihm abgehauen. Ja. Das war ziemlich, äh, fuh. Ich hab jetzt aber nochmal geguckt. Ich hab auf jeden Fall den Schalter für Lower Engine, äh, umgelegt. Und ich musste trotzdem den Upper Engine. Komisch. Spannend. Ja, ich hatte, äh, tatsächlich war es gut, dass du mich verfolgt hast, Conan. Weil deswegen bin ich einmal in den Reaktor reingejagt worden. Und da war ein Vent, äh, den ich kehren musste. Oh! Weil in den Reaktor geh ich sonst gar nicht rein, weil da sind eigentlich keine Shorttasks. Ja. Stimmt. Ich hab vorhin noch gesagt, man muss eigentlich gar nicht zum Medbay rein. Da ist ja kein Shorttask, aber da ist ja ein Vent drin. Genau. Also sowohl ein Medbay als auch ein Reaktor können in Einzelfällen Tasks sein. Richtig. Deswegen muss man da rein, deswegen muss man da schon noch rein, aber halt eigentlich erst, wenn man alles andere abgegrast hat. Ja. In den Reaktor ist noch dieses 1, 2, 3, 4, 5. Das ist auch das. Ach echt? Okay, ne, das hatte ich noch nicht. Das hatte ich auch noch nicht. Okay, ich wusste nicht. Okay, gut zu wissen, dass das ein Shorttask ist. Das hätte jetzt das Longtask interpretiert. Aber gut, das Spiel scheint das anders zu sehen. Warte. Warte. Einfach weil ich, naja, also so lange dauert er jetzt nicht. Aber einfach weil ich es bisher noch nicht gesehen hatte, dachte ich, das wäre ein Longtask. Ja. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch, die letzte. Jetzt war jeder einmal Imposter. Also jeder war mindestens einmal Imposter. Jetzt gucken wir mal, wer den letzten Imposter machen darf. Mathematisch müssten es ich oder Counter sein. Dann bin ich jetzt bestimmt. Dann bin ich jetzt bestimmt. Mathematisch, damit es verteilt ist. Ich bin schon mal nicht. Ich hab's gesagt, ich bin's wirklich. Nice. Ich kann mich eigentlich gleich muten. Du kannst gleich runterzählen. Jo. So, die Kommunikation ist jetzt aus. Dann 5, 4, 3, 2, 1. Sssss. Aha. Hier wird erst mal gesäubert. Kommt der jetzt von. Oh mein Gott. Das ist ja übel. Oh mein Gott. Das ist übelstes Luck gewesen. Das war übelstes Luck. So, ich würde jetzt wieder probieren, hier oben zu bleiben. Also kommt er hier hoch? Weil du siehst ja, also wir haben's jetzt gerade bei mir wieder gesehen. Du siehst ja als Imposter wirklich überhaupt nichts. ist. Also deine Sichtweite ist ja richtig beschränkt. Ach ne, er ist es ja gar nicht. Ist ja recht. Ich hau einfach vor, er ist hier ab. Alles klar. Wann würde er hier oben lang gehen als Imposter? Oh, okay. Hat er mich gesehen? Er kann mich eigentlich nicht gesehen haben, oder? Aber ich meine, ich kann abhauen, das ist klar. Dann auf jeden Fall abhauen. Ich will aber, ich will nicht an Admin vorbei. Okay, aber er ist jetzt genau dort gewesen, dann kann ich jetzt auch hier hoch. Dann kann ich jetzt auch wieder hier hoch und mich jetzt hier aufhalten und gucken, ob er irgendwann auftaucht. Ich glaube, das ist wirklich ganz gut um sich hier. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Ort zum Verstecken tatsächlich. Auch wenn es die freie Fläche ist. Okay. Lol. Da hat einer wohl den Geist gemacht. Das ist wirklich, du siehst halt einfach als Imposter, du siehst halt einfach die Person nicht. Mag den Ort hier oben? Okay. Nice. Ich hab niemanden gesehen. Was ist das? Wir haben dich auch nicht gesehen. Ich hab ein super Versteck. Es hat jetzt schon zweimal funktioniert. Ich bin original die ganze Zeit rumgelaufen, weil ich die ganze Zeit meinen scheiß Stars gesehen habe. ich hab dich nicht einmal gesehen. What the fuck? Also ich hab mich noch nicht mal irgendwie versteckt oder so. Wir müssen immer genau auf der gegengesetzten Seite der Map gewesen sein. Das Schöne war, meine Tasks waren beide einfach in Navigation. Ich hab meinen zweiten Task wie ein bisschen Lammata gesucht. Mein zweiter Task war den Luftfilter reinigen in O2. Den hatte ich noch nie. Also jetzt hier in Heidenzik. Ich wusste nicht, dass das auch ein Short-Task ist. Ich hab den in Navigation jetzt ewig nicht gesehen. Ich bin scheinbar nie weit genug in den Raum reingelaufen. Ja. Ich war schon dabei, dass ich alle Vans abgesucht hab. Und das hat mich dann nochmal nach O2 reingeführt, weil ich dachte, da wäre ein Vans. Da ist kein Vans, aber da war halt der Luftfilter. Aber es ist wirklich, ich hab's ja selber als Imposter gemerkt, wenn du nicht nah genug an den Leuten dran bist, du siehst die einfach nicht. Du kannst wirklich recht gut einfach am Imposter vorbeilaufen. Also ich bin echt ein paar Mal, warst du recht nah an mir dran. Okay. Aber du hast mich scheinbar tatsächlich nicht bemerkt. Also einmal hab ich jemanden gesehen, aber leider weder verpasst. Nicht rechtzeitig gekillt. Ja. Das ist schon interessant. Und dann hat niemanden mehr gesehen. Man könnte natürlich noch überlegen, aber ja, verräter Sicht hochstellen nicht, aber man könnte vielleicht die Besatzungsschicht noch runterstellen. Überlege ich nur gerade. Aber das können wir auch noch entscheiden. Jetzt haben wir ihn fast eine Stunde aufgenommen. Jeder war mal Imposter. Wenn auch manche nur ein einziges Mal. Prost, Prost. Aber immerhin. Gut. Dann sag ich an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Ich denke, nächstes Mal haben wir dann die Polos-Map und machen da nochmal eine Runde verstecken. Aber das können wir gleich noch entscheiden. Danke fürs Zuschauen und... Ohne euch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.